Schön, dass du da bist. Ein kleines, trauriges Update. Und zwar wurden hunderte meiner eigenen Kommentare gelöscht. Also du siehst keinen einzigen Kommentar mehr von mir in meinem eigenen YouTube-Kanal gerade. Und das hat eine Ursache. Und zwar habe ich meinen YouTube-Kanal zu einem YouTube-Brand irgendwas zusammengelegt, um ein paar andere Sachen machen zu können, weil der Kanal jetzt doch wächst und jetzt glaube ich gerade der 5000. Abonnent hinzugekommen ist. Und da musste ich das dann quasi machen. Und leider konnte ich es nicht verhindern, dass alle Kommentare von mir gelöscht wurden. Das stand da auch groß, wenn du das machst, werden alle deine Kommentare gelöscht. Ich wusste also, dass es passiert. Ich bin ein bisschen traurig, weil ich da echt viel geschrieben habe. Teilweise auch detaillierte Antworten und Ergänzungen zu Videos. Aber das einfach als eine Sache, dass du Bescheid weißt, was da passiert ist. Es ging leider nicht anders. Und auch wenn du neu auf diesem Kanal bist. Also ich habe eigentlich viel kommentiert. Ja, ist halt jetzt alles weg. Fange ich wieder von vorne an. Die Videos sind noch da. Das ist wichtig. Deine Kommentare sind noch da. Das ist auch wichtig. Es geht auch hier weiter. Das ist auch wichtig. Und das einfach als ein kleines Update. Und ja, ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Kannst natürlich gerne kommentieren. Vielleicht kommentiere ich sogar zurück. Jetzt kann ich ja wieder. Juhu. Sarkasmus Ende.